Die Maschine bleibt vor, bis wir sicher sind, dass in Afrika alles für Ihre Ankunft vorbereitet ist. Aber so wie es aussieht, kommen wir gut voran. Es wird nicht einfach sein, die Sache mit den Schüssen geheim zu halten. Um nicht zu sagen, unmöglich. Nein. Ronnie, Direktor Ross hat mich gebeten, Ihnen seinen Dank auszusprechen. Wir waren allen zwei Schritte voraus, das Pentagon eingeschlossen. Dank Ihnen. Ich hoffe, Sie erzählen das auch der Luftfahrtbehörde. Das lässt John sich doch ganz bestimmt nicht entgehen, oder? Nur wenn wir unseren Vorsprung halten können. Das bringt mich übrigens zu Ihrer nächsten Aufgabe. Der Direktor wünscht, dass Sie die Reaktionen der anderen Geheimdienste etwas näher in Augenschein nehmen. Worauf hat das denn abgesehen? Vor allem sollten Sie auf Anzeichen dafür achten, dass die Anwesenheit von Sonderbotschafter Lancaster ein gesteigertes Interesse an speziellen, wie soll ich sagen, Operationen seitens der Iraner und ihrer Verbündeten geweckt hat. Es gilt zu vermeiden, dass die Maschine ein leichtes Ziel für die Al-Akbar wird, wenn sie mitten in der Sahara steht. Denkt er wirklich, dass sie Ziel eines Terroranschlags wird? Die Situation könnte dadurch auch nicht schrecklicher werden, als sie jetzt schon ist. Ja, ich weiß. Das wird eine Menge Arbeit, aber Direktor Ross wird dafür sorgen, dass sich niemand dem Vorhaben des Präsidenten in den Weg stellt. Also an die Arbeit. In der Zwischenzeit veranlasse ich eine Satellitenüberwachung für diesen Stützpunkt in Mauritanien-Zug. Stimmt was nicht? Ich habe vergessen, die Mappe auf Johns Tisch liegen zu lassen. Wenn Sie möchten. Ich wollte sowieso zu ihm. Da kann ich Sie mir bringen. Ja? Okay. Gehen Sie nur rein, Dr. Sanders. Was ist? Die ist für Sie. Danke sehr. Die Pathologen werden bald anfangen, Holmes' Leiche zu untersuchen. Sie werden mich sofort informieren, wenn irgendwelche symptomatischen Anzeichen für eine Virusinfektion vorliegen. Aber realistisch gesehen können wir in so kurzer Zeit unmöglich feststellen, ob ein bestimmtes Virus sich bei ihm eingenistet hat. Dafür müssten Kulturen im Labor angesetzt werden. Ja? Sehr schön, ich bin sofort da. Augenblick, ich komme gleich wieder. Versuchen Sie, Miles in Istanbul ausfindig zu machen. Sofort, Sir. Das kann ja wieder ewig dauern. Quantum Airlines, internationaler Flugplan. Ich habe ihn noch nicht gefunden, Sir. Probieren Sie es weiter. Ja, Sir. Entschuldigen Sie, ich bin aufgehalten worden. Ich verstehe Ihren Einwand. Sie haben ihn schon mal vorgebracht. Die Autopsieergebnisse könnten sich als unzureichend erweisen. Richtig, Sir. In diesem Haus hier besteht unsere Arbeit darin, Informationen zu sammeln, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen vorzuschlagen. Nun verhält es sich leider so, dass unsere Kultur im richtigen Leben operiert, nicht in einem Laboratorium. In diesem Haus gilt nur ein einziges naturwissenschaftliches Gesetz. Wir nennen es Rossfolgerung aus Newtons Gesetz. Körper in Bewegung bleiben meistens in Bewegung. Körper in Ruhe jedoch. Bleiben auf der Strecke. Ihre Arbeit gefällt mir, Ronnie. Sie haben sich grenzend bewährt. Messerscharfer Verstand, kristallklare Analysen. Danke, Sir. Forschen Sie nach Antworten, wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist. Aber versteifen Sie sich nicht. Irgendwann sind auch Sie gezwungen anzuerkennen, was Sie nichts mehr für diese Leute tun können. Das wird erst geschehen, wenn wir hundertprozentige Gewissheit haben. Wir ersparen Ihnen den Schmerz und eliminieren die Bedrohung für uns. Unser Auftrag lautet, die Gefahr einzudämmen. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist es nicht gewohnt, dass ihm im Fahrwasser einer schweren diplomatischen Krise dieser Größenordnung die Puste ausgeht, Doktor. Begreifen Sie das? Ja, Sir. Hier ist die Wunschliste, nach der Sie gefragt haben. Oh. Vor allem Medikamente, die mit dem Gepäck aufgegeben worden werden, dringend benötigt. Okay. Kommen Ihre Leute auch zum Schlafen? Ja, wir schlafen abwechselnd in der Besatzungskabine. Bodenkontrolle, hier ist das Cockpit, Captain Holland. Außer Trinkwasser und Lebensmittel benötigen wir noch einige Medikamente aus Ihrer Apotheke. Ich gebe das weiter an Colonel Nasher, Sir. Braut sich ein neuer Aufstand zusammen? Nein. Seit der Schießerei ist alles ruhig. Aber ich weiß nicht, wie lange Sie noch durchhalten. Und es wird mit jeder Stunde, die es auf Weihnachten zugeht, schlimmer. Cockpit? Spricht da der Käpt'n? Ja, richtig, hier ist Käpt'n Holland. Wer ist da? Hier ist Dr. Ronnie Sanders von der Central Intelligence Agency in Langley, Virginia. CIA? Ja, CIA. Aber ich bin Ärztin. Ich soll Ihnen helfen, das genaue Ausmaß Ihres Notfalls einzuschätzen. Augenblick mal, ja, ähm, woher weiß ich, dass Sie vom CIA sind? Denken Sie, ich hätte sonst die Geheimnummer Ihres Satellitentelefons? Hören Sie, Käpt'n. Ich muss mich dringend mit einem Besatzungsmitglied unterhalten, das beim Einsteigen vielleicht mit dem Professor in Berührung gekommen ist. Ich verbinde Sie mit Brenda Hopkins, einer unserer Flugbegleiterinnen. Rufen Sie Brenda rein. Okay. Rufen Sie? Rufen Sie? Rufen Sie bitte? Rufen Sie? Rufen Sie bitte? quienes Sie? Rufen Sie bitte? 먹어?! Sie bitte? gerade pause. Ja, richtig, das sagte ich eben ja. Professor Helms hat sehr stark gehustet, als er an Bord gekommen ist. Hat er sich dafür entschuldigt? Ja, er sagte, er hustet schon seit Stunden und das hört einfach nicht auf. Es war ein, ein keuchendes Husten. Ist das nicht in Ordnung? Sie sagt, er hat gehustet, als er an Bord ging. Das muss natürlich nichts bedeuten, aber es ist unwahrscheinlich, dass zwischen dem Husten und einem Herzinfarkt ein logischer Zusammenhang besteht. Aber es könnte da sehr wohl ein Zusammenhang zu unserem Virus bestehen. Eine Ärztin des CIA wollte eine Auskunft von einer betroffenen Person? Ja. Das bedeutet zweierlei. John Roth, der Leiter des CIA, trifft die Entscheidungen für den Präsidenten. Und von jetzt an wird alles, was mit uns geschieht, zur geheimen Verschlusssache erklärt. Und das heißt? Wir werden für eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Wieso? Damit wir den Leuten in Washington nicht Weihnachten versauen? Das ist die optimistische Version. Sagt ein Männern, sie können den Abend frei nehmen. Ich brauche sofort einen Flieger. Langstreikentauglich, 4000 Meilen. Vollbewaffnet, voll ausgerüstet. Der Preis stellt kein Problem da. Ich brauche ihn gleich. Heute noch. Ich möchte auf die Jagd gehen. Ich jage einen großen, großen Vogel. Einen sehr kranken Vogel. Wir müssen zusehen, dass die Sache in Schwung kommt, meine Herren. Wie ist die Lage? Die Vorbereitungen in Mauretanien sind abgeschlossen. Und der Flugplan? Ist ebenfalls fertig, Mr. President. Na dann los. Ein Firmenjet, vollbewaffnet und langstreckentauglich. Ja, sicher. Drei Luft-Luft-Raketen auf Einzieherfette, eine Düppelstreuer. Außerdem elektronische Raketenabwehr, moderne Satellitenkommunikation und Navigationssysteme. Ein saurischer Prinz mit einem Firmenjet, der so ausgestattet ist, der muss wirklich paranoid sein, oder? Er ist auch nicht verrückter als der Mann, der mich mitten in der Nacht weckt und unbedingt sofort auf dem schwarzen Markt eine MiG-29 kaufen will. Oder der Mann, der sagt, dass es für diesen Auftrag nur ein einziges Flugzeug gibt. Und wenn es unverkäuflich ist, müssen wir es auf einem Flughafen in Charkov klauen, wo es ausgerüstet wird. Und, kann ich die Rolle spielen? Ich wusste doch, dass die Jahre nicht umsonst waren, die du für den KGB unten im Nahen Osten gesessen hast. Vor allem jetzt, im neuen Russland. Ukraine, Pavel. Die neue Ukraine. Nach dem Treiben da unten zu urteilen, wird es wahrscheinlich bald losgehen. Ich hoffe, Sie haben recht. Bewegung könnte zumindest die Illusion vermitteln, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Bringen Sie gute Neuigkeiten. Ich bin einmal von vorne nach hinten durchgegangen. Niemand von den Leuten ist krank oder zeigt irgendwelche Symptome. Dr. Sanders hat Brander gesagt, es kann noch 24 Stunden dauern, bis wir damit rechnen müssen, dass jemand von uns die ersten Symptome zeigt. Es ist trotzdem gut zu wissen, dass sich weder Miss Hopkins noch Dr. Turnhauer krank fühlen. Die Moral ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir haben die Lage... Das heißt, Sie haben die Lage so gut wie überhaupt möglich gemeistert, Captain. Ich glaube, so denken wir alle. Captain Holland, Colonel Nasher. Ja, Colonel? Wir bringen jetzt die Vorräte, Medizin und andere Dinge an Bord, die Sie angefordert haben. Bevor ich's vergesse, Sie fliegen nach Mauretanien. Dort ist ein ehemaliges sowjetisches Flugfeld. Ihren Flugplan bekommen wir jeden Moment auf einer abhörsicheren Datenleitung. In Ordnung, danke, Colonel. Waren Sie schon mal in Mauretanien? Niemand war in Mauretanien, Captain. Noch nicht mal ich. Deshalb wurde es ausgewählt. Es müsste startbereit sein. Die glauben hier, der Pilot des Prinzen hätte angerufen und verlangt, dass die Maschine sofort aufgetankt wird. Dann erwarten die mich bestimmt irgendwann noch im Tower zu. Abfertigungskontrolle. Deine Papiere und der Flugplan. 500.000 US-Dollar. Wenn das der Pilot des Prinzen ist, wieso war er dann noch nicht bei der Kontrolle? Ah, da kommt er ja. Ronny, danke für die Nachricht. Was haben Sie denn? Es wird gerade ausgedruckt. Ein Alarmsignal von unserer Vertretung in Kairo. Die haben Informationen, wonach Flug 66 die Aufmerksamkeit eines Terrorkommandos auf sich gezogen hat. Sie versuchen offenbar an ein Kampfflugzeug heranzukommen, womit Sie über Mauretanien zuschlagen können. Oh, das kann nur bedeuten, dass Sie den Zielort schon kennen. Ross wird einen Anfall bekommen. Bis wegen. Sagen Sie es ihm, ich werde Ross informieren. Ein Sonderalarm aus Kairo. Ich mache Ihnen eine Kopie. Treibstofftanks voll bis zum maximalen Startgewicht. Wassertanks voll, Ölwechsel an allen vier Triebwerken. Ich habe den Computer programmiert und die Trägheitsnavigationssysteme ausgerichtet. Verstanden. Wir haben die Vorräte jetzt alle an Bord. Die Türen sind geschlossen. Ein Wort von Ihnen und wir können loslegen. In Ordnung. Danke, Bob. Was sagen Sie dazu? Klingt plausibel. Jedes Kommando mit der richtigen Ausrüstung könnte quer durch die Wüste fliegen und über dem Stützpunkt einen Anschlag verüben. Was wäre damit erreicht? Jedes Kommando mit der richtigen Ausrüstung hat auch Kabelfernsehen. Das heißt, Sie denken, Lancaster wird zusammen mit den anderen sterben. Wer riskiert schon Menschenleben und teure Geräte, um einen todkranken Mann umzubringen, während die ganze Welt zusieht? Das ergibt doch keinen Sinn. Terroristen denken nicht rational. Was mir Kopfschmerzen bereitet, wie haben die so schnell den richtigen Schauplatz herausgefunden? Es gibt nur eine Gruppe, die von der Ausrüstung her dazu in der Lage wäre. Welche ist das? Al-Akbar. Haben sich kurz nach Ende des Golfkriegs formiert. Machen Front gegen den Friedensprozess in Palästina. Ross ist Experte auf dem Gebiet. Die jagen ihm Angst ein. Ja, aber wenn Sie doch so gut ausgestattet sind, warum laufen Sie dann rum und versuchen, sich Kampfflugzeuge auszuborgen? Bingo. Sagen Sie, gibt es hier irgendwo eine abhörsichere Leitung nach Kairo? Wissen Sie, wo der Funkraum ist? Ja. Soll das heißen, das kommt gar nicht aus Kairo? Kann ich's nochmal haben? Die richtigen Zahlen haben Sie ja. Aber sie passen nicht. Keine Nachricht. Also irgendwie stimmt da irgendwas nicht. Es dauert 20 Minuten, den Chef der Vertretung in Kairo zu finden. Und er hat nichts von all dem gehört. Hey Doc, übermorgen ist Weihnachten. Die machen wahrscheinlich auch Urlaub. Und jetzt erzählen Sie mir, dass die Kennziffern gar nicht gespeichert sein sollen. Jemand hat die Nachricht geschickt und ich muss ihn etwas fragen. Doktor, vielleicht gab's ne Panne oder ich hab was übersehen. Aber soweit ich das hier sehe, weiß der Computer nichts von einer Botschaft aus Kairo mit diesem Wortlaut. Sie muss doch aber reingekommen sein. Ich hab sie ja selber ausgedruckt. Sie war im Computer. Ich kann's nicht ändern, Doc. Sackgasse. Der Laden wird nicht umsonst Palast der Rätsel genannt. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie sagen, Mr. Virgil. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Pannensystem. Oder die Nachricht ist nicht von außen gekommen. Soll das heißen, irgendjemand hier in Langley könnte die Nachricht mit vollkommen falschen Kennziffern hier eingeschleust haben, ohne dass wir es wissen? Wie kommen Sie darauf? Ich erinnere mich nicht, das gesagt zu haben. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich dachte schon, Sie würden vergessen, Ihren Flugplan abzugeben. Dauert nur eine Sekunde. Verstanden, Dallas. Und danke. Sie haben uns an Washington übergeben. Wir unterstehen jetzt der Regierung. Quantum 66, Captain Holland, Ihr Colonel Nasher. Cockpit, ich höre. Wir kappen jetzt die Leitung, die wir zu Ihnen gelegt haben, Captain, und stellen Sie zurück auf die Frequenz der zentralen Flugsicherung. Und Captain, viel Glück. Danke, Körner. Hier ist wieder Captain Holland aus dem Cockpit. Zuerst möchte ich Ihnen allen dafür danken, dass Sie unter diesen extrem widrigen Umständen so viel Geduld bewiesen haben. Das war eine große Hilfe für uns. In wenigen Augenblicken erleben wir alle etwas recht Außergewöhnliches. Quantum Flug 66 kommt tatsächlich in Bewegung. Wir haben unseren Flugplan und wir steuern auf Mauretanien zu. Offen gestanden kann ich Ihnen nicht sehr viel darüber erzählen. Außer vielleicht, dass Sie dort bestimmt keine warme Unterwäsche benötigen. Ben? Moses? Es geht wieder weiter. Irgendwo in die Sahara. Ich rufe an, sobald wir da sind. Ja, Ben, ich mache umfassende Notizen. Ich habe noch eine gute Nachricht für Sie. Niemand. Weder unter den Passagieren, noch unter der Besatzung. Niemand in dieser Maschine ist an diesem angeblichen Virus erkrankt oder zeigt irgendwelche Symptome. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch so bleibt. Quantum 66, hier Tower, 08-3. Ja, verstanden, Tower. Danke und Ende. Denken Sie, die schießen uns ab, wenn wir den Flugplan wegschmeißen und direkt auf L.A. zusteuern? Nein. Aber wie ich unser Glück kenne, ist dort unten ein Erdbeben im Gange, wenn wir landen. 80 Knoten. Die Bahn. B.A. Fahrwerk einfahren. Alles genau nach Plan. Ziel ist gestartet. Was haben Sie erfahren? Nichts. Es gab keinen weiteren Datenverkehr nach Kairo und die Quelle des Alarms war nicht auszumachen. Ross ist natürlich vollkommen außer sich. Er fordert sofortige Aufklärung, wie Al-Akbar an die Information über den neuen Zielort gekommen ist. Warten Sie. In der Nachricht war nur von einem Terrorkommando die Rede. Der Direktor schließt gleich auf Al-Akbar? Ross wollte sichergehen, dass niemand Sie eingeschlossen, Ronny, auf nicht abhörsicheren Leitungen darüber spricht. Der Flugplan lag ganz offen auf seinem Schreibtisch, als ich ihm die Papiere ins Büro brachte. Für jeden sichtbar. Er ist direkt aus Dallas gekommen und nicht als Geheimsache eingestuft worden. So viel ich weiß, haben Sie mit der Besatzung gesprochen. Ja. Oh, gut. Haben Sie zufällig den Ort in der Sahara erwähnt? Immerhin war es doch Ihr Vorschlag. Sie haben sich dafür ausgesprochen. Entweder ich oder sonst jemand könnte Westmauretanien erwähnt haben. Wahrscheinlich hat jemand von Al-Akbar Ihre Unterhaltung mitgehört, Doktor. Und woher kennen Sie dann die genauen Koordinaten? Kommen Sie schon, Mark. Der ganze verdammte Flugplan ist hin und her geschickt worden. Über abhörsichere Leitung von Dallas nach Langley und Langley nach Island. Ross sucht einen Sündenbock. Und Doktor Sanders passt genau in dieses Bild. Eine Sekunde. Der Zielort war von dem Moment an keine Verschlusssache mehr, als Quentum eingeschaltet wurde. Was Sie sagen, trifft nicht ganz zu, Ronny. Die Bordtelefone sind ausgeschaltet. Und entgegen Ihrer Schlussfolgerungen zu Plänen, die Sie auf fremden Schreibtischen sehen, handelt es sich um eine geheime Operation der Regierung. Warten Sie. Ross ist jetzt im Weißen Haus. Ich habe noch etwas für ihn zu erledigen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Wenn er zurückkommt, verlangt er einen vollständigen Bericht und einen Schuldigen. Aber angenommen, diese Unterhaltung hätte nicht stattgefunden, kann ich ihm auch nichts erzählen. Heißt das, Sie schicken mich jetzt nach Hause? Sie haben verfasst. Am besten Sie gehen ihm aus dem Weg. Genießen Sie die Freizeit und vielen Dank für Ihre Hilfe. Sind Sie seiner Meinung? Adios, Amiga. Amours. Ammh. Am Russia. Am grains. Das war's. Und nicht als Geheimagent. Das kann ja heiter werden. Geheimcode eingeben. Code nicht gefunden. Verdammt, komm schon. Haben wir ein Problem? Steve! Haben Sie mir vielleicht einen Schrecken eingejagt? Das müsste wohl der Code sein, den Sie gesucht haben. Sie wissen doch, ich bin sein Protégé. Er vertraut mir. Ich bin wohl keine Matahari. Sie sind nicht übel für eine Anfängerin. Nun machen Sie schon, er muss gleich zurück sein. Der falsche Alarm hat Sie auch misstrauisch gemacht? Ja. Guten Abend, Direktor Roth. Verflucht. Das Programm ist von mir, damit geht das Suchen schneller. Die Nachricht kam nicht aus Kairo. Denn wenn es so wäre, müsste sie dort um vier Uhr morgens abgeschickt worden sein. Ich jedenfalls kenne keine Spione, die kurz vor Weihnachten noch um diese Zeit arbeiten. Ich bin mir sicher, die Nachricht kam von hier. Aus diesem Gebäude. Aber John Ross war nicht der Absender. Sind Sie da ganz sicher? Leiten Sie die Suche ein, dann haben Sie den Beweis. Und wer dann? Mit Mark ist irgendwas faul. Sie kennen ihn doch seit vielen Jahren. Er war jahrelang Geheimagent. Ich fand es eigenartig, wie er sie rausgeschmissen hat, als sie anfingen, berechtigte Fragen zu stellen. Fragen, die ich auch stellen würde, wenn ich bereit wäre, meine Karten. Suche ergebnislos. Sehen Sie, was habe ich gesagt? John war nicht der Absender. Warten Sie, ich möchte noch was ausprobieren. Überlegen Sie mal, wir haben eine schwere Krise, Ronny. Jemand nutzt die Gunst der Stunde. Ergreift die Gelegenheit beim Schopf. Jemand versucht, eine terroristische Aktion von Al-Akbar auf Lee Lancaster und Flug 66 vorzutäuschen. Aber es ist nicht John Ross. Verdammt, wieder nichts. Sag ich doch. Und jetzt machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Haben Sie Ihren Taschencomputer? Ja. Gut, dann bleiben wir über E-Mail in Kontakt. Die beste Verteidigung ist ein guter Fluchtplan. Gehen Sie nach Hause. John, irgendwas Neues aus der Kommandozentrale? Schweigt wie ein Grab. Na ja, ich würde sagen, wir sind jetzt alle ein wenig müde, Brian. Wir hatten einen langen, zermürgenden Aufenthalt in Island. Aber, liebe Gott, wird uns schon nicht im Stich lassen. Hier ist Brian Duke und wir telefonieren live mit Reverend Garsten Wilson. Sein Anruf erreicht uns direkt vom Quantum Flug 66 irgendwo über dem Atlantischen Ozean. Reverend, wie haben die anderen Passagiere denn reagiert, als die reizende junge Mutter aus New Jersey da draußen erschossen wurde? Wir waren erschüttert, Brian. Völlig schockiert. Sie wissen davon? Die ganze Welt weiß davon. Wir sind fassungslos. Das hätte jedem von uns passieren können, der je ein Flugzeug genommen hat. Was? Was haben Sie denn gehört? Werden wir... Werden wir... Müssen wir alle sterben? Wir wissen nur, dass Wissenschaftler... Das soll uns die verdammte Zeitung mal nachmachen. Und weiter Druck auf Island. Ich will eine Erklärung vom Base Commander zu den Schüssen dort, okay? Nein, gar nicht. Das Virus breitet sich... Sehr gut. Pass auf, dass wir ihn nicht verlieren. ...tragen es dann in alle Himmelsrichtungen. Und binnen 48 Stunden wären Millionen von Menschen infiziert. Aber glücklicherweise hat man von diesem Virus erfahren, bevor Quantum 66 in New York landen konnte. Bevor es zum Domino-Effekt gekommen ist. Jetzt müssen sie unter Quarantäne gestellt werden, damit die Sicherheit von uns allen gewährleistet ist. Was wollen Sie damit sagen, Brian? Nun ja, es tut mir leid, dass Sie das ausgerechnet von mir hören müssen. Aber die Wahrheit lautet, man schickt sie in die größte Wüste der Erde. Zu Hause in Hernden. Warum? Damit sie dort sterben. Oh, nein. Das ist ausgeschlossen. Der Flugkapitän hat allen versichert. Es handelt sich bloß um einen blinden Alarm. Bisher ist niemand hier an Bord krank geworden. Reverend Dissel. Ich weiß, Sie sind da unten viel besser unterrichtet als wir. Müssen wir sterben? Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen die traurige Kunde überbringen muss, aber... Verlassen Sie sofort Ihre Bräume. Rufen Sie mich später an. Machen Sie keine Angaben über Ihren Aufenthaltsort. Associated Press hat einen Korrespondenten vor Ort in Keflavik, Island. Er berichtet, dass die Autopsie inzwischen abgeschlossen ist und das Virus möglicherweise zum Tode führt. Das ist doch Unfug. Wo in aller Welt haben die das her? Haben wir jemanden in Island, der Fehlinformationen verbreitet? Nicht, dass ich wüsste, Mr. President. Also gut, Jenny, so wie die frühen Nachrichten über den Äther sind, um neun Uhr auf die Minute, trete ich vor die Presse und stelle die Sache klar. Sagen Sie den Medien Bescheid. Ja, Sir. Wie es scheint, ist unsere Verbindung mit dem Reverend gerade unterbrochen. Hallo, Brian Duke. Sind Sie noch da? Können Sie mich hören? Was ist passiert? Holt das Signal wieder rein, okay? Stell sofort fest, was das war. Ist er noch am Telefon? Dann besorgt mir die Nummer. Er hat seine Kirche an und fragt nach der Nummer. Pafas, mach schon! Okay, bis wir die Verbindung wieder hergespäht haben. Sagt Brian, er muss einspringen. Okay, Herr Sonderbotschafter, ich verlange eine Erklärung. Alle Handbrot dieser Maschine sind so gut wie tot! Gehen Sie, bis wir zu Hause sind, kommt das Telefon nach vorne ins Cockpit. Ja, hier ist es nicht, man muss ja kommen. Es ist so verzweifeln. Es ist so zu Ende. Jetzt weiß ich nicht, ob wir es rausgehen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja! 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 Ich muss es nicht einfach nicht! Hallo, ich bin nicht zu Hause. Bitte hinterlassen. Ich weiß, dass Sie das sind, Dr. Sanders. Ich stehe hier gleich neben Ihrem Arm und beantworte. Ein kleines Lämpchen leuchtet auf und sagt mir, dass Sie zuhören. Sie haben etwas fassereichmäßig der Firma gehört. Eine Diskette. Sie haben Geheimakten kopiert und die möchten wir gerne wieder haben. Sie sagen mir, wo Sie sind. Oder Sie werden Ihre Wohnung nicht wiedererkennen. Notrufzentrale. Das ist ein Notfall. Geben Sie mir bitte die Polizei. Einen Moment bitte. Kommen Sie nicht her. Die Firma glaubt, Sie haben etwas gefunden. Möde nicht wieder. Polizeistelle hören. Hallo? 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 Polizeistelle hören. Hallo? Wilson hat sein eigenes Handy dabei. Wieso hat mich niemand darüber informiert? Als wir die Bordtelefone ausgeschaltet haben, hätten wir es einziehen können. Wir haben es jetzt eingezogen, James. Und wir haben das Telefon eines Zeitungsreporters namens Don Moses aus Washington. Sehen Sie, Herr Botschafter, wie es scheint, ist es mit der Geheimhaltung nicht halb so weit her, wie wir gedacht haben. Übernehmen Sie denn. Ihre Meinung ist so falsch wie Ihre Information. Nein, nein, nichts da. Kein Wort mehr, solange wir hier oben sind. Verstanden? Und jetzt hinsetzen. Ich hab's satt. Ladies and Gentlemen, hier ist Captain Holland. Ich bin hier unten in der Kabine. Sie können mir also in die Augen sehen, wenn ich mit Ihnen rede. Es sind Gerüchte im Umlauf, wonach die Autopsie ergeben hätte, dass Professor Herms tatsächlich an diesem Virus erkrankt war. Das trifft absolut nicht zu. Die Informationen, die wir haben, kommen direkt aus dem Weißen Haus und sind unabhängig davon über Sonderbotschafter Lekkerster vom State Department bestätigt worden. Die Autopsieergebnisse liegen noch nicht vollständig vor und es wird bis dahin noch eine Weile dauern. Es wurden keine Ergebnisse öffentlich gemacht und das wird auch so bleiben. Aber am wichtigsten ist, niemand hier in diesem Flugzeug ist erkrankt. Niemand zeigt irgendwelche Symptome. An unserer Lage hat sich absolut nichts verändert. Und daher versuche ich Sie uns zu vertrauen und auch weiterhin Ruhe zu bewahren. Vielleicht haben wir kein sehr schönes Weihnachtsfest, aber wir werden es dennoch überstehen. Und ich weiß genau, wir alle hier werden es nicht so schnell vergessen. Er hat recht. Danke. 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 Na komm schon, du Mistding, spuckst du endlich aus. Das Alarmsignal aus Kairo kam. Aus dem Konferenz. Der Flugplan ist auf Arabisch überspielt worden, aber er steht nicht an Wehen. Um welche Zeit ist Flug 6.6 gestartet und wann soll er ankommen? Ideelles kommt schon. Abflug 9.11 Uhr, Ankunft 15.56 Uhr. Okay. Passt. Kann es beweisen. Jemand beim CIA hilft Al-Akbar beim Abschuss von Flug 6.6. Muss los. Musik. 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 Musik 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 Hey, ich habe oben auf der Straße auf dich gewartet. Wo warst du denn? Ich habe gedacht, wir treffen uns hier unten. Musik 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 Die Autotelefon war noch eingeschaltet, also bin ich zu ihrer Mobilfunkfirma gefahren. Die waren in der Lage ihren Standort zu lokalisieren. Danach musste ich bloß noch den Wagen mit dem richtigen Kennzeichen finden. Also los jetzt, wir sind die Gejagten. Die Bonnie und Clyde. Musik 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 Sie haben eine Verschwörung in Verbindung mit Flug 66 aufgedeckt. Eine was? Wer steckt dahinter? Ich glaube Hastings, vielleicht auch noch andere. Vermutlich über den Kopf des Direktors hinweg. Nur er kann die Sache noch stoppen. Musik Mark hilft Akbar dabei Flug 66 abzuschießen? Wieso? Damit Al Akbar sich so ihr eigenes Grab schaufelt vor lauter fanatischer Dummheit. Sie werden sich sämtliche Sympathien verscherzen, wenn sie ein Flugzeug voller Menschen abschießen, nur um Lee Lancaster zu töten. Das Pentagon hätte damit natürlich ausreichend Grund zum militärischen Schlag gegen das Trainingscamp von Al Akbar auszuholen. Jede finanzielle Hilfe würde ausbleiben und sie verschwinden. Und Mark rechtfertigt es vor seinem Gewissen, indem er sich einredet, dass die Leute im Flugzeug so oder so sterben müssen. Und so hätte ihr Tod einen Sinn. Es ist krank, folgt aber einer gewissen Logik. Bis auf eine winzige Kleinigkeit. Ob diese Leute wirklich sterben müssen, ist noch gar nicht geklärt. Sie müssen unter Quarantäne weiter nichts. Ich meine, das ist doch Irrsinn. Wir müssen die Ergebnisse der Autopsie abwarten. Wir brauchen mikroskopische Studien und toxikologische Laborberichte. Das kann Tage dauern. Und wir haben kaum mehr als eine Stunde. Ich kenne jemanden, der uns möglicherweise helfen kann. Michelle, wie ist die Lage da draußen? Die Familien sind nicht besonders mithälsam und die Fluggesellschaft verweist uns weiter an die Regierung. Wir könnten hier genauso gut anfangen, uns gegenseitig zu interviewen. Also, sag mir, was ich tun soll. Soll ich mir anfangen, was aus den Fingern zu saugen? Es gibt Gerüchte... Wirklich sehr komisch. Haben sich schon irgendwelche Psychologen um die Angehörigen gekümmert? Ja, ich habe sowas Leuten hören, aber nicht offiziell. Wir melden es trotzdem. Ohne Quelle? Also, soll ich mir doch was aus den Fingern saugen? Nein, schon gut, schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Okay, ich, ähm, ich hole mir einen von diesen Krisenmanagern hier ins Studio. Du und Herrländer könnt ihn dann interviewen. Gute Idee. Ach so. Wie sehe ich aus? Du siehst zum Anbeißen aus. War das politisch korrekt? Nein. Aber es hört sich sehr verlockt an. Die Nachrichtenmeldungen von der Autopsie waren falsch. Alle Anzeichen deuten auf eine Koronathrombose hin und so gut wie nichts auf eine akute Virusinfektion. Klartext. Es gibt keinerlei Hinweis dafür, dass ein Virus beteiligt ist, geschweige denn ein tödliches. Wir wissen nicht, wie es sich überträgt, ob es ansteckend ist, ob es eine Mutation ist und vielleicht nicht mehr Schaden anrichtet als ein Staubkörnchen. Was bedeutet? Es gibt nicht den geringsten Hinweis auf eine Infektion. Und wir lassen zu, dass das Flugzeug in weniger als eine Stunde abgeschossen wird. Wir müssen Ross verständigen. Er ist im Weißen Haus. Ja, ich habe uns schon angemeldet. Ziel gesichtet. Das kleine Mädchen, das vorhin neben mir gesessen hat, Amanda Lynch, sie ist krank geworden. Ihr ist schwindelig, sie friert und hat hohes Fieber. Das sind genau die Symptome. Dr. Turnhire hat gesagt, er will sich um sie kümmern. Vielleicht fängt es jetzt an. Möglicherweise hat sich die Kleine auch nur erkältet. Ich habe denen erzählt, sie wären meine Schülerin und müssten dringend in den Westflügel. Als Leibarzt des Präsidenten traut man mir zum Glück. So, ich lasse sie jetzt allein. Nochmals vielen Dank, Irwin. Irgendwann werde ich Ihnen alles erklären. Da wären noch ein, zwei Dinge, die wir durchgehen sollten. Und wenn Sie nichts einzuwenden haben, gehe ich einen Moment raus, um mir die Beine zu vertreten. Der Gelegenheit halten Sie die Augen offen und stellen Sie fest, ob die Erkrankung der Kleinen Misstrauen erregt hat. Ich wollte jedes Aufsehen vermeiden und habe sie nach oben mitgenommen. Okay. Ich bin davon überzeugt, dass die Verschwörer Al-Akbar direkt in die Hände gespielt haben. Den Leuten scheint jedes Mittel recht zu sein, nur um diese Gruppe zu einer möglicherweise selbstmörderischen Aktion zu verleiten. Ich habe mich erkundigt. In Deutschland gibt es keine weiteren Opfer. Der vorläufige Autopsiebericht aus Island hat keinen Befund ergeben. Wenn wir Al-Akbar nicht stoppen, werden wir durch unsere Hilfe zu unfreiwilligen Komplizen eines Massenmordes. Ein Mord ausgeführt mit Beihilfe des CIA. Und ich bin absolut sicher, ohne dass der Präsident seine Zustimmung gegeben hat. Und die Beweise sind alle hier auf dieser Diskette? Ja, Sir. Die arabische Nachricht einschließlich Koordinaten? Ja. Zeit, Transponder kurz. Haben Sie Sicherheitskopien? Nein. In Ordnung, ich stimme Ihnen zu. Wir müssen unverzüglich handeln. Ich versuche, die Maschine über militärische Kanäle zu erreichen. Hervorragende Arbeit, Dr. Sanders. Bis wir wissen, wer für diese Extratoren verantwortlich ist, müssen Sie irgendwo untertauchen. Keins von unseren Verstecken, die kennen Sie alle. Suchen Sie sich irgendwo ein Loch, wo Sie sich verkriechen können. Ein Hotel oder ein Motel. Dann rufen Sie diese Nummer an. Das ist eine direkte Leitung zu mir. Bis wir der Sache auf den Grund gegangen sind, sprechen Sie nur mit mir. Nehmen Sie mit niemandem Kontakt auf. Klar? Ja, Sir. Okay, gehen Sie. Fahren Sie! Na los, fahren Sie! Sie fahren die 16. der nördlichen Richtung. Machen wir. Was war denn? Als wir fertig waren, wiederholte Ross den Inhalt der Diskette. Ich hatte sie ihm gegeben. Dabei hat er erwähnt, dass sie auch die Transponder-Codes enthält, Alice. Na und? Er hatte noch gar nicht reingesehen. Und ich habe nichts davon gesagt. Hastings war es nicht allein. Ross steckt da mit drin. Wir haben bei seinem Computer was übersehen. Oder er war schlau genug, einen anderen zu benutzen. Der Anschlag auf Flug 66 ist sein Plan. Was denn? Ross Bruder war Anfang der 90er Chef einer CIA Außenstelle. Eines Nachts ist er verschwunden. John war immer fest davon überzeugt, dass die Araber was damit zu tun haben. Und jetzt rächt er sich, indem er 250 unschuldige Menschen umbringt? Und dass Akbar in die Schuhe schiebt? Ja. Er glaubt, so kann er sie auslöschen. Wenn er die Sache dazu nutzen kann, ein militärisches Vorgehen gegen Akbar zu rechtfertigen. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist John fest davon überzeugt, dass von diesen Terroristen die größte Bedrohung für die Freiheit der Welt ausgeht. Haben Sie noch die Nummer für das Satellitentelefon? Ja. Gut. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Eine halbe Stunde. Wir sind gestern. Wir sind gestern. Wir sind gestern. W-kenn deinen Alptret.. Nimm die Rolltrafbecken. Key للFr도 Räger Nimm die Rolltrafzerbecken. Spielen Sie einfach mit. Sind Sie fertig mit unserem Zimmer 3957? Ja, Sir. Danke. Haben Sie die Nummer? Ja, warten Sie. Irgendwo hier. Beeilen Sie sich. Ich weiß, diese Zettelwirtschaft ist eine schlechte Angewohnheit von mir, aber manchmal funktioniert's. Das Flugzeug oder Schiff, das Sie angerufen haben, ist im Moment leider nicht erreichbar. Tombandansage. Gibt es noch einen Weg, eine 747 anzurufen? Inzwischen hat Ross vermutlich jede Verbindung blockiert. Iridium. Was? Ein neu entwickeltes mobiles Satellitentelefon. Vielleicht hat jemand eines an Bord. Es kann Nachrichten empfangen, auch wenn es ausgeschaltet ist. Gut. Woher kriegen wir die Nummer? Meinen Sie, die stehen im Telefonbuch von Washington? Glaube ich nicht. Wir rufen den Netzbetreiber an und stellen ein paar gezielte Fragen. Diesmal sind wir, Ross, vielleicht einen Schritt voraus. Okay. Als Sie dachten, dass Sie Krebs haben, haben Sie nie darüber nachgedacht, wer nach Ihrem Tod um Sie trauert? Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sterben war nicht eingeplant. Ja, ich weiß, das ist furchtbar tapfer, aber ich finde, gerade jetzt müssen wir den Tod sehr wohl einplanen. Allein zu sterben, darüber habe ich oft nachgedacht. Haben Sie keine Familie? Meine Mutter starb, als ich noch ganz klein war. Mein Vater gerade erst voriges Jahr. Und sonst gibt es niemanden? Nein. Ich bin in meinem ganzen Leben nie lange genug an einem Ort gewesen, um irgendwo dauerhafte Bande zu knüpfen. Sogar als Kind war ich immer in der Rolle der Außenseiterin. Eine Amerikanerin, die in London aufwächst. Und jetzt natürlich dieser Beruf. Seit mehr als zwei Jahren war ich keine einzige Woche mehr durchgehend auf demselben Kontinent. Ich schweige denn in derselben Zeitzone. Das Phänomen kenne ich nur zu gut. Heute hier und morgen Rom. Nicht gerade ein Traumberuf. Es wäre schön, wenn man einen Grund fände, anders zu leben. Na, braut sich wieder in der Meuterei zusammen? Nein, alles Mucksmäuschen. Still da draußen. Niemand hat nach Amanda gefragt. Ich habe nach der Kleinen gesehen und sie hat nach ihm gefragt. Hier ist sie. Wählen Sie. Schöner Sonnenuntergang. Meine Mami geht mit mir immer zum Strand. Den Sonnenuntergang anschauen. Was ist das? Keine Ahnung. Du meine Güte. Das Satellitentelefon des Botschafters. Das habe ich ja ganz vergessen. Hier ist Rachel Sherwood, Mitarbeiterin von Botschafter Lancaster. Mit wem spreche ich? Hier ist Dr. Ronnie Sanders vom CIA in Washington. Miss Sherwood, hören Sie mir bitte jetzt sehr gut zu. Es handelt sich hier um einen dringenden Notfall. Gehen Sie mit dem Telefon bitte jetzt unverzüglich ins Cockpit. Ich muss dringend mit Ihrem Flugkapitän sprechen. Einen Moment bitte. Ich bin gleich wieder da, Schatz. James? Hier ist Captain Holland. Captain, hier ist nochmal Dr. Sanders vom CIA. Hören Sie genau zu, Captain. Es ist sehr wichtig. Was ich Ihnen jetzt sagen werde, klingt unwahrscheinlich. Aber wenn Sie jetzt nicht auf mich hören und sofort handeln, könnte das tödliche Folgen haben. Bei uns hier oben geht es sowieso um Leben und Tod, Doktor. Ich denke, Sie haben inzwischen davon gehört. Natürlich habe ich das. Ich habe mich mit dem Pathologen in Island unterhalten. Der Professor starb offenbar an Herzversagen. Noch liegen keinerlei Anzeichen für eine Virusinfektion vor. Lassen Sie mich jetzt zum Punkt kommen. Sie müssen sofort Ihren Kurs ändern. In weniger als 13 Minuten taucht von irgendwoher ein Jäger auf und wird versuchen, Sie abzuschießen. Akbar. Der Anschlag kommt wahrscheinlich von der Terrororganisation Al-Akbar. Ich weiß nicht, mit welcher Art Flugzeug Sie Ihnen auflauern, aber ich weiß, dass Sie die Koordinaten von Ihrem nächsten Wartepunkt kennen. Der Transponder. Stellen Sie sofort Ihren Transponder ab. Den Kut haben Sie auch. Und wer hätte einen Vorteil davon, wenn er uns runterholt, wo all der Welt glaubt, wir sind schon längst tot. Was immer Sie tun, fliegen Sie bitte auf gar keinen Fall weiter nach Mauretanien. Wenn Sie sie jetzt nicht kriegen, dann erwischen Sie sie spätestens über der Sahara. Und Sie erwarten, dass ich die Anweisungen aus Washington und von meinem Arbeitgeber einfach ignoriere? Wer sagt, dass Sie uns keine Falle stellen? Dan, trennen Sie den Computer vom Autopiloten. Wir ändern den Kurs. Verdammter Hohensohn, schaut es dein Transponder aus. Und du hast deinen Kurs geändert. Denk ja nicht, dass du mich abhängen kannst. Nicht in den letzten zehn Meilen. Vielleicht ist sie eine ehemalige Agentin, die vom CIA gefeuert wurde. Captain, bitte ändern Sie doch wenigstens Ihren Kurs. Keine Angst, das habe ich schon. Ein Vorsichtshalber, Doktor. Ich will vorkommen aufrichtig zu Ihnen sein. Das klingt sicher unglaubwürdig für Sie, aber unsere Doppelagenten hier arbeiten offensichtlich Hand in Hand mit Al-Akbar. Sie sind das Ziel einer geheimen Verschwörung hier beim CIA. Ja, da stimme ich Ihnen zu, das klingt sehr unglaubwürdig. Ja, aber es hat seine eigene, verquere Logik. Sie machen das sehr gut, Dr. Sanders, oder wie Sie auch heißen mögen. Doch ich glaube Ihnen nicht. Kennen Sie die Mekong-Masche? Das ist ein alter Trick des Vietkong, den kennen wir alle noch aus Vietnam. Sie hatten sich unsere Funkgeräte geschnappt, gaben sich als unsere Kameraden aus und versuchten, uns irre zu machen. Also legen Sie endlich los. Fragen Sie mich nach meinem Lieblingsspieler der Brooklyn Dodgers. Die spielen seit den 50er Jahren in Los Angeles. Richtige Antwort, falscher Kandidat. Geben Sie es auf, der Himmel ist völlig frei. Sagen Sie Ihrem Chef, er hat sich das clever ausgedacht, aber bei mir ist er an der falschen Adresse. Eingehängt. Ich habe langsam die Schnauze voll davon, mich zum Narren halten zu lassen. Wir fliegen weiter nach Afrika, dort wird sich irgendeine Lösung finden. Ich sehe da draußen nichts. Also gut, Sanders, wo ist dieser Attentäter? Wir haben eben hier einen magischen Punkt passiert. Lassen Sie mich einen Blick auf das Wetterradar werfen. Was ist das auf dem Schirm? Dann schalten Sie die Positionslichter und das Troposkop aus. Was ist das? Taktischer Radar, da hat uns einer im Fadenkreuz. Da ist was faul. Hier spricht der Käpt'n. Bitte gehen Sie alle zurück an Ihren Platz und legen Sie die Gurte an. Bitte auch die Flugbegleiter. Wenn da draußen wirklich jemand ist, muss er unsichtbar sein. Käpt'n, Käpt'n! Sehen Sie, ob wir Feuer gefangen haben, Dan? Kein Feuer. Aber wir sind unser viertes Triebwerk los. Was zum Hinker war das? Eine Luft-Luft-Rakete. Frequenz 1-2-1-5 einstellen, bitte. Mayday, Mayday, Mayday. Quantum 6-6 meldet Raketenbeschuss. Rechte Tragfläche schwer beschädigt. Steuerung nicht mehr möglich. Wir verlieren an Höhe. Da hat jemand gerufen. Wir sind getroffen. Wir verlieren an Höhe. Nichts. Nichts. James, wir werden zu schnell. Wir wissen nicht, wie es da unten aussieht. Dan, sagen Sie mir die Flughöhe in Abständen von 1.000 Fuß an. 21.000 Fuß. Das weht Dania, mein Freund. Ich bin bald wieder bei dir. Anja. Wir verlieren pro Minute 6.000 Fuß an Höhe. Was haben Sie vor? Ich will durch die Wolkendecke durch. Wenn wir ganz tief sind, können wir den Kerl vielleicht abschütteln. 6.000 Fuß. Bei 3.000 Fuß müssen wir den Vogel wieder hochziehen. 2.000. Okay, okay. 2.000. 2.000 Fuß. Jetzt. James, hochziehen. 100 Fuß. Sinkrate 0. Wie sieht's aus? Irgendwelche Steuerungsprobleme? Nur asymmetrischer Schub, wie üblich, wenn ein Triebwerk ausgefallen ist. Ich hab das Seitenruder stark nach links getrimmt. Können Sie übernehmen? Okay. Alles klar. Freunde, hier ist Captain Holland. Ich kann Ihnen leider nichts schonen, weil ich etwas gerade eben passiert ist. Also werde ich es einfach sagen. Die Explosion stammte von einer Luft-Luft-Rakete, die auf uns abgefeuert wurde. Wer immer der Angreifer war, es ist ihm nur gelungen, unser rechtes, äußeres Triebwerk zu treffen. Wir können ohne weiteres mit den restlichen Dreien weiter fliegen. Wir wissen nicht, wer die Absicht hat, uns über dem Atlantik abzuschießen. Uns fehlt jetzt außerdem ein sicherer Ort, an dem wir landen können. Unser Flugziel in der Wüste können wir nicht mehr ansteuern. Ich möchte eine weitere Begegnung mit diesem Jäger vermeiden. Deswegen werden wir unseren Kurs ändern und uns eine Alternative überlegen. Ich darf Sie nochmals bitten, unser Flugpersonal nicht mit Fragen zu überhäufen. Es weiß im Moment auch nur so viel wie Sie auch. Außerdem möchte ich Sie bitten, sämtliche Lichter zu löschen. Wir versuchen nämlich, so unauffällig wie nur irgend möglich zu bleiben. Im ersten Augenblick begreifen ja die Angehörigen noch gar nicht, was da überhaupt geschehen ist. Aber dass jemand im ersten Augenblick... Wir haben eine Sondermeldung. Okay, wir brechen ab. Wir haben eine Sondermeldung. Ja? Okay, wir schmeißen den Seelendoktor raus und bringen eine Sondermeldung. Kommt an! Drei, zwei, eins. Okay, fertig. Wie er aus zuverlässigen Quellen gemeldet wird, empfing die afrikanische Flugsicherung irgendwo über dem Atlantischen Ozean einen Notruf von Flug 66. Ein Notruf von Flug 66. Mr. President, ich weiß, das fällt nicht in meine Zuständigkeit, aber die ganze Welt schaut dabei zu. Sobald offiziell bestätigt ist, dass Terroristen am Werk waren, diese Gruppe Al-Akba eventuell, würde ich Ihnen dringend empfehlen, den Anschlag in einer Fernsehansprache aufs Schärfste zu verurteilen. Schören Sie die weltweite Empörung. Oh, vielleicht bewegen wir die übrigen Nachrichtendienste dazu, uns bei der Ausrottung dieses Ratenpacks zu helfen. Wie kommen Sie auf Al-Akba? Wir haben nicht mal eine Bestätigung für den Anschlag. Warten wir erst mal die Fakten ab, bevor wir zur Tat schreiten oder Erklärung abgeben, okay? Unser Treibstoff reicht noch für etwa zwei Stunden. Wir müssen zwischenlanden, um zu tanken. Dann fliegen wir in ein dicht besiedeltes Gebiet, wo uns die Terroristen nicht angreifen. Was? Rio de Janeiro, was meinen Sie? Oder Kapstadt, Südafrika? Zuerst müssen wir ein Flugziel für den Zwischenstopp finden. Dr. Sanders, vermute ich. Alles in Ordnung? Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Ein Triebwerk haben wir verloren. Außerdem brauchen wir einen Ort, an dem wir auftanken können. Und es wäre ganz nett zu erfahren, was hier eigentlich los ist. Uns geht es genauso, Captain. Sie müssen noch etwa 16 Stunden durchhalten. Wenn bis dahin niemand erkrankt, können wir vielleicht beweisen, dass gar kein Virus an Bord ist. Also, was kann ich jetzt für Sie tun? Wir schaffen es noch bis Teneriffa, Kanarische Inseln. Es wäre hilfreich, wenn Sie alles Nötige für unsere Ankunft in die Wege leiten. Ich denke, das wird bestimmt kein Problem werden. Ich mache nur noch ein paar Notizen. Was soll das bedeuten? Sie wissen zwar, wo Sie sind, aber Sie können sie nicht finden, Mark? Sie müssen irgendwo in dem Hotel sein, aber wir können den Laden doch nicht auf den Kopf stellen. Diese Operation ist top secret und außerdem illegal. Geheim ja, das mag stimmen, aber mit Sicherheit ist sie doch nicht illegal. Das werde ich später erklären. Und jetzt machen Sie die beiden ausfindig und kassieren Sie sie ein. Quantum 66, Landung frei, Direktanflug, Landebahn 27. Roger, Quantum 66, Landung frei. Quantum 66, rollen Sie zur Position und warten Sie. Auf Wiedersehen. Toruja. Gracias. Ihre Freunde. Weswegen waren Sie so aufgeregt? In Teneriffa ist eine 747 mit kranken Passagieren ohne Warnung gelandet. Sie wollen auftanken. Sie sollen nur noch drei Triebwerke haben. Ist das Flugzeug noch dort? Die 747. Ist sie jetzt noch dort? Meine Kollegen haben mir gesagt, dass sie Teneriffa bald verlassen wird. Wir blockieren die Rollbahn, damit sie hier nicht landen kann. Alice! Ich habe eine Weile gebraucht, Sie zu finden. Ich war in die Arbeit vertieft. Sie wissen schon. Ich meine... Die Postsarge! Es gibt Telefonzellen! Ich habe ein Telefon. Oh, okay. Wir fahren nach Georgetown. Schnell! Würden Sie uns jetzt bitte verraten, wohin wir fliegen? Wir müssen damit rechnen, dass es diplomatische Verwicklungen gibt, Herr Botschafter. Das wäre im Moment meine geringste Sorge. Vorausgesetzt, dass niemand erkrankt, fliege ich uns alle nach Barbados oder die Jungferninseln. Die karibischen Inseln, wieso? Das liegt nah genug an Miami für die Medien. Binnen Stunden werden dutzendweise Fernsehkameras auf uns gerichtet sein, denn versucht garantiert keiner mehr, uns anzugreifen. Und sobald klar wird, dass offenbar niemand an Bord krank oder infiziert ist, haben wir es hinter uns. Ich hoffe, das hört er da oben. Bisher hat er uns jedenfalls erhört, Mr. Rob. Und er antwortet. Es waren bloß ein paar Turbulenzen, Leute. Also kein Grund zur Aufregung. Na, wie geht's dir? Sie hat sich bestimmt bloß erkältet. Halt dich schön warm am Ende. Es dauert doch nicht mehr lange, bis wir zu Hause sind. Versprochen? Hand aufs Herz, der Teufel holt dich? Ich weiß nicht, ob mich der Teufel holen soll, aber Hand aufs Herz, großes Ehrenwort. Gut, weil Bart hat mir gesagt, er will meinen Bruder wiedersehen. Das ist meine kleine Tochter, Charotzi. Ach, der ist ja bezaubernd. Sie und ihre Mami wollen am Flughafen auf mich warten. Irgendwann tauchst du auf, mein Freund. Früher oder später. Verstehe, Doktor. Ich glaube, wir sind uns einig. Wir brauchen etwas Abgelegenes. Am besten einen Ort, wo keine militärischen Einrichtungen vorhanden sind. Ich hätte da schon einen Vorschlag. Eine Vulkaninsel im südlichen Atlantik. Die Ascensioninsel. Doktor? Doktor Sanders? Der Reitung ist tot. Halten Sie bitte hier an. Hier, ich kann es nicht. Danke. Ist hinüber? Ich habe die Ersatzbatterie im Gepäck verstaut. Na toll. Und Sie sind sich Ihrer Sache absolut sicher? Ja, und ich bin mir auch sicher, dass der Präsident ganz bewusst falsch informiert worden ist. Und zwar sowohl über die Krankheit und die Überlebenschancen als auch diesen Terroranschlag. Das ist alles nicht wahr. Ross hat mich mit Absicht auf die Alarmmeldung angesetzt, um sie gegen Al-Akbar zu verwenden. Als er merkte, dass ich ihm auf die Schliche komme, wollte er mich aus dem Weg räumen. Sie genießen das Vertrauen des Präsidenten. Helfen Sie uns. Also gut. James! Wer ist der wieder? Verdammt! Hier spricht der Käpt'n. Gehen Sie alle auf Ihren Platz und schnallen Sie sich an. Bitte! Sie sind auf Ihren Platz und schnallen Sie sich an. Nummer 3 ist ausgefallen. Schon wieder eine Rakete. 1 und 2 funktionieren in Entfernung zur Insel. 45 Meilen. Er ist irgendwo da draußen und wartet ab. Wir liefern ihm eine schöne Vorstellung. Du hast keine Chance, wie zu entkommen. Vorsicht mit der linken Tragfläche. Wenn Sie eintauchen, sind wir tot. Das weiß ich auch. Behalten Sie lieber den Höhenmesser im Auge. Wir schaffen es. Okay. Sagen Sie durch, dass wir jeden Moment landen. Ladies and Gentlemen, hier ist das Cockpit. Wir haben alles unter Kontrolle. Bitte bereiten Sie sich auf die Landung vor. Beim nächsten kleinen Stoß, den Sie spüren werden, setzen wir am Boden auf. Wir haben alles unter Kontrolle. Ich sehe ihn nicht, Käpt'n. Sehen Sie ihn? Da, ich sehe ihn. Verdammt. Was hat der Kerl jetzt vor? Hey, der versucht hier zu landen. Was soll das werden, James? Der verdammte Hund will die Landebahn. Die kriegt er nicht. Platz da unten. Verschwinde! James, Sie müssen Ihnen Platz machen. Verdammt, machen Sie die Bahn frei. James, drehen Sie ab, Mann. Mach die Bahn frei. Wer rast in uns rein? Verschwinde da unten! Gib die Bahn frei, du Hurensohn! Und jetzt, Mr. Rob, räumen wir die Maschine. Vorschriftsmäßig. Was hat das denn zu bedeuten, John? Würden Sie mir bitten... John! Wenn Sie erlauben, ich stelle hier die Fragen. Kommen Sie! Schnell! 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 5-3-5-3-4-4-4-5-4-5-4-5-4-6-5-6-6-6-6-7-7-7-7-6. Sie glauben, dass alle in dieser Maschine weniger als 24 Stunden außer Gefahr sein werden, richtig, Dr. Sam? Ja, Mr. President. Danke. Quantum Flug 66 ist sicher auf der Insel Ascension gelandet. Alle Passagiere sind außer Gefahr. Der Terrorist, der Sie offenbar verfolgte, ist umgekommen. Sein Raketenbestück der Firmenjet zerschellte auf der Insel. Und Sie haben ihn beauftragt, John? Was ich getan habe, Mr. President, geschah im Interesse Amerikas und im Interesse der friedliebenden Völker überall auf der Welt. Wenn wir den Terrorismus besiegen wollen, darf uns kein Opfer zu groß sein. Sie denken genauso, Sir. Vergessen Sie nicht, Mr. President. Sie haben ein Papier unterzeichnet, worin Sie den CIA im Notfall mit der Zerstörung des Flugzeugs beauftragen. Es beinhaltet sogar Ihre Zustimmung zum Einsatz leichter Nuklearwaffen. Nur für den Fall, dass die Menschen an diesem Virus sterben, das war die Bedingung, John. Ich glaube, diesen feinen Unterschied werden die Wähler nicht nachvollziehen können, Mr. President. Sie nicht? Dr. Sanders. Captain Holland? Die Bilder in der Zeitung werden Ihnen nicht gerecht. Ich freue mich, dass Sie kommen. Wie war Ihr Flug? Ohne Zwischenfälle. Ob Sie es glauben oder nicht, Doktor, aber so ist es mir auch am liebsten. Ja. Danke dir, Chris. Gern geschehen. Hey, willkommen. Rauf. Ich bin gleich soweit. Unsere gute Frau Doktor ist eingetroffen. Hallo, Dr. Sanders. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Was soll ich nur sagen? James und ich haben Ihnen unser Leben zu verdanken. Wir glauben, alle Überlebenden von Flug 666 tun das. Ich gehe rein. Ehrlich gesagt, ich glaube, Ihr frisch angetrauter Ehemann hat mehr dafür getan als ich. Ja, schon möglich. Aber Sie waren es, die der Präsident für einen Posten im Weißen Haus ausgewählt hat, und zwar verdientermaßen. Sie wissen ja, wie das so geht. Ja, allerdings, das weiß ich. Und ich finde es ziemlich eindrucksvoll, ganz gleich, was Sie dazu sagen. Oh, dann sind Sie vermutlich furchtbar stolz darauf, dass Sie eine enge Vertraute des Präsidenten als Gast in Ihrem Haus sind. Und ob wir das sind. Wir haben sogar die Suite für unsere Ehrengäste für Sie vorbereitet. James, stimmt was nicht? Dallas hat angerufen. Brenda Hopkins. Die Stewardess? Sie ist mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie fiel ins Delirium. Nach 48 Stunden war sie tot. Oh nein. Und das war sie tot. Oh nein. So, danke. Oh nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020